Robert Leimer. 1966. Sportler. Laufen, Radfahren, Skifahren und gerne wandern. Sommer. Definitiv Nachteule. Gelassenheit. Leider chaotisch. St. Pölten. Die Seelounge am Ratzersdorfer See. Wie gesagt, Sommertyp und zum Chillen perfekt. The Rolling Stones, greatest Rock'n'Roll Band in the world. Definitiv. Auf Facebook und auf Twitter. Ich hatte etwas längere Haare, Kontaktlinsen, also schon definitiv anders als jetzt. Aus einem tiefen Gerechtigkeitsempfinden heraus, weil ich denke, nur mit einer starken SPÖ ist eine liberale, eine weltoffene Gesellschaft möglich. Besonders stolz bin ich auf den Red Point in St. Pölten, den wir von der SPÖ Niederösterreich 2016 entwickelt haben und eröffnet haben. Es ist eine niederschwellige Einrichtung für alle Menschen, die in einer offenen Gesellschaft einen künstlerischen, einen kulturellen, einen politischen Beitrag oder einen sportlichen Beitrag bringen wollen. Auf zum nächsten Mal. Vielen Dank.